Mami, vielleicht wäre die Reise ins Outback dazu angetan, meine schlechte Phase zu überwinden. Wer weiß, vielleicht lerne ich dann reizendes Mädchen vom Lande kennen. Ich taufe diese Billig-Ausgabe eines Barbie-Campers Priscilla, Königin der Wüste. Ach, wenn dieses Kleid hier sprechen könnte. Manchmal frage ich mich, wie es kommt, dass ich Geschmack habe. Bestimmt nicht von meiner Mutter. Naja, bin selbst dran schuld, wenn ich mir von ihr all die schrecklichen Fummel kaufen lasse. Was ist das? Das, my darling, ist das Kostbarste, was ich auf Erden überhaupt besitze. Aber was ist es? Ich bin mal vor Jahren bei einem ABBA-Konzert hinter die Bühne gepilgert. In der Hoffnung auf eine Audienz bei ihrer Hoheit Agneta. Naja, und als ich sie dann auf die Damentoilette verschwenden sah, ging ich ihr nach. Und nachdem sie dann ihr Geschäft verrichtet hatte, huschte ich ins Klo. Und da hatte sie mir doch ein kleines Geschenk hinterlassen, das noch im Klobäcken lag. Willst du damit sagen, dass das ABBA-Scheiße ist? Also hierfür hätte ich schon eine Idee.